Das war die Zugspitze oder ist die Zugspitze. Ich bin hier mit meiner Crew zum G7 Gipfel. Suppi Unterkunft. Morgen gucken wir uns mal die Location an in Elmau und dann schicke ich euch ein paar Bilder. Ich denke mal Max und Frieda, die chillen zu Hause. Die haben es gut, aber Mittwoch geht's zurück. Also freut euch!